So, da sind wir schon wieder und ich habe bis dahin kurz mal gespielt und jetzt halte ich die Fresse. Das war's schon? Okay. Ja, hier wollte ich auch hin. Perfekt. Gehen wir mal hier durch. Hier ist ein Tor. Ich bin mein Kor und habe ein Rohr. Bin voller Lob und Bohr. Oh ne, was ist das denn, meine... Alter, ist ja voll riesig. Den möchte ich auf jeden Fall glorikeln. Ja, nehmt mal mit. Gerne. Das soll ich auch haben. Absolute... Vierfacher Schuss. Ja, das habe ich auch jetzt geschafft. Sehr gut. So, glorikeln. Bobs. Der ist scheiße gefährlich. Ich kann ihn nicht schreiben. Und dann nehmen wir das. Oh, tot. Und die. Natürlich. Ich... So, alle weg. Noch so einer? Ich werde verrückt. Komm. Gib mir die Energie, bitte. Alter, Feuer. Und weg. Oder ich zersäge den. Ne. Das reicht nicht dafür. Scheiße, 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 scheiße. Jetzt. Okay. Okay, okay, okay. Jawohl. Ähm. Was zur Hölle? Warum habe ich keinen Ton? Ähm. Interessant, ich habe keinen Ton. Ich mache mal einen Schnitt. Bis gleich. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe anscheinend jetzt einfach keinen Ton mehr. Es ist glaube ich irgendwo... Ich habe das gerade mal nachgelesen. Ich glaube, das ist irgendwo ein Bug. Dass ab dieser Stelle einfach mal der Ton verschwunden ist. Finde ich irgendwie komisch. Absolut merkwürdig noch dazu. Und ja. Ja, das tut mir auf jeden Fall leid an dieser Stelle. In diesem Part ist einfach der Spielton weg. Der ist einfach von alleine verschwunden. Ich habe da nichts gemacht. Ich habe nichts daran umgestellt. Er ist einfach weg. Kennt ihr das so? Ihr zockt das. Und dann auf einmal spielt das Sound weg. So aus dem heiteren Himmel, denke ich mir, so nach Motto, what the fuck. Ganz ehrlich, so, das ist doch scheiße. Ja, und ich werde jetzt erstmal das Spiel beenden. Also als den Level. Und dann mal nachschauen, warum ich auf einmal keinen Ton mehr habe. Äußerst merkwürdig und mysteriös noch dazu. Ja. Deswegen. Ich finde es sehr komisch gerade. Vor allem ist es dann auch nicht legitim, dass einfach der Spielton verschwunden ist. Nachdem ich mit der Shang-Gun geschossen habe, war einfach der Ton weg. Cool. It's but... It's but... Buddy for cool. Mein Gott. Das heißt so, it's not Buddy for cool. Das ist nicht cool. Okay. Ja, verstehe ich nicht. Aber ich bin froh, wenn ich bei Dome-Teilbeschwerden kann. Ich freue mich da so drauf, ey. Total doll. Aber wie, sage ich euch. Hä, wohin muss ich ein Wort? Ich muss ja da hin. Ups. Ach, ich komme da gar nicht da hin. Hä. Okay, alles klar. Ich weiß, was wir machen müssen. Gut. Kein Problem. Ja, dann muss ich irgendeinen beliebigen Sound damit einspielen, dass das überhaupt Ton vorhanden ist, weil das geht ja gar nicht. Einfach mal kein Ton. Ja, ich muss da irgendeinen Sound einspielen, mal gucken. Weiß ich auch noch nicht wie, aber... Das ist scheiße. Nee, so etwas regt mich auf. Das liegt jetzt einfach definitiv am Spiel, nicht an meinem Aufnahmeteil. Das liegt definitiv gerade am Spiel. Weil meine Stimme ist synchron, definitiv. Oh, nee. Nicht ihr. Bitte, nee. Äh, 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 äh. Komm. Schnapp ich mir. Hopp. So, tot. Äh, hab ich jetzt sowas? Ach, da runter. Und da hin. Und Munition. Oh, das sieht gut aus. Hören wir mit? Ja, ich werde das zusammenschneiden. Weiß ich auch noch nicht wie, aber... Der Sound ist auf jeden Fall nicht vorhanden. Da kann ich nichts für. Falls jemand fragt, warum kein Ton da ist, der ist weg. Weil, äh, ich hab da nichts gemacht. Wirklich. Liegt echt am Spiel. Das ist ein Bug. 100% nicht. Und finde ich echt uncool. So, muss ich überhaupt hier hin? Ja, muss ich. Erstmal die hier weg. Hopp. Und. Wupp. 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 In der nächsten Part wird das nicht so sein. Definitiv. Ich verspreche euch das mal, weil... Das ist kacke. Ganz ehrlich, das ist doch mega kacke. Oder ist da irgendwas an den Einstellungen nicht richtig? Audio. Lautstärke ist vollkommen da. Ja, die ist da. Komisch. Ja, du musst den Geschichtsteil nochmal vor. Aber ich hab da deshalb auch Untertitel eingestellt. Okay. Das klingt schon sehr interessant. Wo ist jetzt... Ja, da oben. Das will ich ja noch haben. Ups. Da hin. Wo ist jetzt die letzte Elite Wache? Ach, da drüben. Ja, wenn wir euch mal glory killen. Zack. Da noch mehr? Ja. Irgendwo ist doch hier die Elite Wache oder täuscht mich da? Er ist ja schon hier. Schön zerköpft. Humps. Und? Erstmal die hier weg. Jo. Ja. Ist doch da vorne, oder? Ja, die ist total blöd. Ist doch hier. Hier. Ha. Haben wir's. Haben wir vier Stück, Alter. Äh. Ja. Wo könnte ich's einessen? Hier haben wir drei. Ja. Haben wir's auch. Ich würd's sagen... Hier. Haben wir jetzt alles hier in diesem Gebiet? Waffenpunkte. Wie sieht's denn da aus? Fünf haben wir. Äh. Sechs brauchen wir hier. Ich mal das. Ich glaub, ein extra fehlt mir noch. Aber ich hab jetzt keine Ahnung, wo das echt ist. Nee. Was für ein furchtbar langes Level. Merk ich nämlich grad. Ja. Und wieder Dämonen. Zerschnitzeln. Das wird echt eine Schlacht werden. Die kann man niemals vergessen. Ich kann euch nur Gameplay jetzt in diesem Part hier bieten. Leider wird das... ...aber ohne Ton. So. Schnell. Ich brauch Energie. Genau. So. Der gehört auch hier. Fett. Oh nee. Äh. Wie soll ich das denn machen? Das ist verdammt schwer. Ich brauch Energie. Fuck you. Alter. Nein. Ich will nicht drauf gehen. Hm. Rüstung. Gib mir Energie verfickte Scheiße. Ich hab kaum noch was. Oh ja, ja, ja. Komm, komm, komm. Yes. Yes. Ja, ja. Oh ja, den auch. Danke. Puh. Und let's do you. Let's do this. Komm her. Komm her. So. Und jetzt ist das. Oh, damit ist auch der Geschichte. Puh. Alter Vater. So. Und jetzt raus hier. Wo ich's mir noch anders überlege. Fehlt mir noch einer? Ach der. Ist ein Scherz. Alles. Alle Waffenpunkte sehr schön. 111 verlassen. Alles. Okay. 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 Signcheine. Oh. Alle Waffenpunkte sehr schönes. Ich frage mich mit cheapen. Oh ich von 해. Okay, let's do this. Jetzt höre ich wieder Thron auf einmal. Also, ich weiß nicht, was das war. Komisch. Ist ein Bug gewesen. Tut mir leid, Leute, an der Stelle. Du hast dich durch die Hölle gekämpft und bist zurückgekehrt, aber jetzt erheben die Dämonen Anspruch auf den Mars. Du musst einen Weg finden, das Höllenportal zu schließen, das Olivia geschaffen hat. Arnschen-Einrichtung zerstört. Krass. Naja, wir sind echt weit gekommen heute. Aber spielend umgenommen, bisschen. Nicht mehr lange, aber ein bisschen, habe ich noch vor. Na, so eine halbe Stunde wollte ich noch spielen. Und dann reicht das auch für heute. Hölle auf dem Mars! Der Argent Tower ist zerstört. Das Portal kann nicht mehr von hier aus geschlossen werden. Die Höllenenergie entströmt einem Ort in ihrer Welt, den wir den Ruhm nennen. Aber du bist zurück. Der Einzige, der zwischen den Welten wandeln kann. Es gibt also vielleicht einen Weg. Vega versucht auf Olivia's Dateien zuzugreifen. Geh zum nächsten Terminal, dann geben wir dir neue Informationen. Das ist vorherst alles. Ja, ich habe jetzt wieder Ton. Ach, das ist ein... Was ist das für ein Vieh? Ein Höllenbaron. Ah, okay. So heißen die. Gut. Ach, da oben. Warte. Ah! Ah! Ey, ich könnte doch... Ich könnte doch echt die Wand vollkotzen, weil das ist doch wirklich dämlich. Das ist so dämlich, ey. Diese Sprungphysik hier im Spiel, Alter. Boah. Da war ich einfach nur blöd. Ah, ich weiß, wie ich dann komme. Oh ne. Nee, nee, nee. Hier. Ein Imp. Komm her. Ach nö, lass mir mal ziehen. Ich würde sagen, wir beenden die Aufnahme für heute zu Doom 2016, wenn es euch bis eben gefallen hat. Würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lässt und eure Unterstützung ist gefragt. Ich beantworte auch jeden Kommentar und ja. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, denn morgen geht's definitiv weiter. Haut rein, bis dann. Tschau. Tschau. Tschau.